Hey Leute und herzlich willkommen auf Mega The Gaming. Mein Name ist ja wie schon gesagt Mega The Gaming und ihr seid hier auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal bin nicht nur ich gefragt, sondern auch du. Denn hin und wieder verlange ich, dass du vielleicht in einem meiner Let's Plays mitwirken darfst. Und ja, vielleicht findet man sogar ein gemeinsames Projekt, wo man spielen kann. Was ich spiele ist unter anderem, ja wer hätte es gedacht, Minecraft. Ja, aber nicht nur Minecraft, das normale Minecraft, sondern einmal Minecraft auf einem Knixkraft-Server oder generell auf irgendwelche Servern. Im Moment bin ich auf Knixkraft unterwegs und ja, wenn ich mal einen anderen Server habe, seht ihr ein Infovideo darüber. Ich spiele auch Onsidia, Onsidia Bus Simulator sowie andere Games wie Call of Duty Ghosts und Battlefield 4. Sollte ich jetzt dein Interesse geweckt haben, dann würde ich mich doch über einen Abonnieren freuen und vielleicht ein Kommentar in das neueste Video, wenn du Interesse des Projektes hast. Also bis dahin, das war's. Mein Name ist Mega The Gaming, das heißt wieder spielt mit mir und lasst vor euch spielen. Ciao. Ciao.